Hallo von der Spiekultur und willkommen zurück bei Schlacht um Mitte Erde, böse Kampagne, wo wir gerade Helmsklamm eingenommen haben. Mordors Streitmacht ist stark, doch sie könnte noch stärker sein. All jene, die sich gegen Sauron wenden, müssen sterben. Ja, und jetzt geht's mich los mit der Streitkraft von Mordor. So, während wir sehen, hier Isengard Armee hat eingenommen und Saruman steht hier auch noch. Dann gehen wir mal hier hin und gucken mal, wie es jetzt laufen wird, wenn wir Mordor spielen. Wir sind alle so hässlich, weil wir so wenig Polygonen haben. Die Aradrim haben in der Gegend viele Lager. Ihre Loyalität ist käuflich, wenn der Preis stimmt. Wir können sie aber auch mit Gewalt gefügig machen. Errichtet ein Lager und vergrößert unsere Schar. Weil die Orks sind so kacke. Lass ihr Lamm, Schnecken! Feuert! Macht euch kampfbereit! Beeilung! Feuert! Reift sie an, Freunde! Lasst sie nicht entkommen! Macht euch bereit! An die Arbeit! Marsch, Marsch! Bewegt Wacke! Aus dem Weg! Bleibt wachsam! Bleibt wachsam! Macht euch bereit! Ich bin grad noch nicht so hundert Prozent sicher, was ich genau machen sollte. Außer erstmal Geld zu sammeln. Mein Gott. Weißt du, sowas darfst du machen in dem Spiel. Aber Generals musste verboten werden. Aber hier bin ich ja auch nur Zivilisten am Töten. Da geht ein Lager und hier geht ein Lager. Wir müssen ein Geschenk in eines der Lager bringen lassen, um uns ihre Treue zu erkaufen. Und? Wie bringe ich ein Geschenk? Zehntausend kostet mich das auch nur. Vernichtet sie! Macht euch kampfbereit! Ist ja nix. Aufpassen! Los! Feine bereit machen! Aus dem Weg! Seid ihr bereit? Worauf wartet ihr noch? Das Schlager wird angegriffen! Sie greifen uns an! Jetzt wird gekämpft! Macht euch bereit! Da ist Scheiße! Weil... Sie weichen zurück! Die Haradrim sind nämlich echt mächtig. Macht euch bereit! Da sind sie! Keine Gefangenen! Bogenschützen! Beeilung! Könnte das gerade echt ein bisschen problematisch werden. Sie greifen das Lager an! Ach ja, stimmt. Jetzt habe ich ja Trolle. Und die Schlachthöfe. Aber Trolle sind gar nicht so gut, wie man denkt. Schickt ihnen einen Pfeil, Hagel! Macht euch kampfbereit! Du siehst fit aus. So. Zurück mit euch. Genau. Da werden wir erstmal die billigen Orks machen. Und die kosten in der Kampagne nämlich wirklich gar nichts. Sind halt einfach nur Abfallprodukt. Treibt die Trolle in den Käfig hier! Aber sie kosten halt Kommandopunkte, ne? Pfeile bereit machen! Deshalb Mordor ist halt einfach so eine... So eine Spam-Geschichte. Kann dafür aber seine Upgrades erst einsetzen, sobald die Grube ein gewisses Level erreicht hat. Macht euch kampfbereit! Ah! Eine neue Horde Orks! Spannt eure Bögen! Worauf wartet ihr noch? Aus dem Weg! Häftet die Menschen! Seid ihr jetzt nicht so scheiße gegen die Haradrim? Bleibt wachsam! Die gehören mit zu unserer Gang. Oh, so ähnlich. Vorwärts, ihr Lamm! Schmeck jetzt! Und eure Bögen! Auf ihn! Erledigt sie! Eine neue Horde! Dadurch kriegen die Führerschaftsbonus, okay. Und eure Bögen! Vernichtet sie! Kommt! Und was mich richtig anpisst, ich hab gar keinen Helden. Worauf wartet ihr noch? Komm, opfer dich mal. Was soll ich mit einem einzelnen Ork? Vorwärts, ihr lahmen Schnecken! So. Von wem wichtig? Loyalität? Von gar keinem, ne? Wir bringen sie lieber gewaltsam dazu. Für uns zu kämpfen. Worauf seid ihr bereit? Bogenschützen! Macht euch kampfbereit! Gebirgstroll! Hm. Komm, wir nehmen noch ne Trollhöhle. Ah, eine neue Horde aus! Macht euch kampfbereit! Ihr wisst, was zu tun ist! Ja, wissen wir! Achtung, Bogenschützen! Pfeile abschießen! Lauf den Weg! Man muss ja noch so viele Einheiten hier rausziehen aus dem Scheißding. Vereilung! Weil man sieht ja, wie hier die Leiste vom Rang hochgeht. Nämlich sau langsam. Ja, wir haben einen Gebirgstroll freigelassen. Pfeile, los! Bleibt die Trolle in den Käfig hier! Sie greifen uns an! Ja, du musst keinen Stein suchen gerade. Ihr lenkt die mal weiter doch vorne ab. Und ich glaube, wenn ich den genau in die Mitte setze, sind wir euch für alle. Ja, sehr schön. So, dann können wir mal Holz abernten. Bam! Weg damit! Haben wir auch wieder richtig schön Kohle bekommen. mit Gewalt oder Tributen. Ah ja, jetzt können ja Leute sagen, äh, du hast die Flammenbogen verschwendet! Wir haben einen Gebirgstroll freigelassen! Und ich sag dazu einfach Latten. Schießt weiter, Orcs! Wir greifen an! Eine neue Horde, Orcs! Haben wir von denen hier keine... Achso, jetzt schicken sie doch mal einen Elefanten zu mir. Oder steht einfach nur so hier rum. Da habe ich mich gerade keine, äh, guten Waffen für. Genau, suche dir einen Baum und reiß ihn aus dem Boden. Ein Gebirgstroll freigelassen! Du bitte auch? Eine neue Horde Orcs! Das fand ich eh so affig. Dass ich mit denen erstmal Waffen sammeln muss. Komm, Angriff da! Aufpassen! 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 Stürzt euch auf sich! So, Angriff Orcs! Jippie! Na, lass das! Ja, die Tolle sind einfach so mistig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das trinke. Ach, sie haben uns ein Geschenk in eins der Lage bringen, um uns ihre Treue zu erkaufen. Kann ich den einfach losschicken oder wird er dann getötet? Bin mal gespannt. So wie ich das Spiel kenne, wird er getötet auf dem Weg. Krieger, zum Angriff! Krieger, zum Angriff! Diese Bestien werden unsere Feinde zerstören. Nehmt das Lager ein. Lass sie durch! Feuer einstellen! Spürst du, deinen König zu verlassen und Sauron treu zu dienen? Äh, ja. Ja, wir schwören Sauron treu zu dienen! Ah, diese Truppen werden uns beflügeln! Wir haben einen Geperrkstorch eingelassen! Ihr wimmelt es von Zeiten! Na, weg da! Ah, eine neue Horde aus! Erobert die restlichen Lager, um den Triumph zu besiegeln! Jetzt! Jetzt! Der Duster Herrscher braucht die Armee der Haradrim! Jetzt gehen wir nicht einfach in die Lager rein mit den Elefanten. Hm? Wir werden abgegriffen! Der Olifant ist kampfbereit! Ah, eine neue Horde aus! Sein Kampfverschleger! Wir geben diese Maten auf! Treibt sie zurück! Komm! Geh zu meiner Haradrim! Ah! Ah! Hauptsache, die haben auch 80 Millionen Horde! Ähm... Wie heißen sie? Polyphanten! Ah, ich kann hier auch ein Tribut aufbauen! Dann machen wir es so einfach! Ja, mit dem Tribut kackt bin ich einfach zehnmal schneller! Macht euch bereit! Der Feind greift uns an! Krieger der Haradrim! Geht jetzt! Kämpft, Krieger! Kämpft! Vorsicht! Was ist das? Ah, niedertrampeln! Seid bereit! Verschont! Und ich fand nicht unter! Hier! Oh! 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 Sind sie das? So, abreißen! Der Feind! So, bauen wir mal einige von den normalen. Und hier können wir ja wieder Schlachthofkram aufbauen. Na? Hallo? Sag mal, entspannt da vorne! Sie zollen uns Tribut! Sie bringen uns Gold! 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 Sauron braucht die Hilfe dieser Wüstenkriege! Der Oli wird in seinem Ruf folgen oder sterben! Noch mehr Haradrim sind gekommen! Schön, hier ist mein Olifant! Waffen! Kreidersteller wieder hat mich nur angegriffen! Sucht den Feind! So, wo sind die restlichen? Bogenschützen! Waffen bereit machen! Ha! Oh, ich hasse einfach das mit dem Mordor! Aufwachen, meine Krieger! Krieger der Haradrim! Tja! Noch mehr Haradrim sind gekommen! Krieger der Haradrim! Der Fall! Der Kriptan! Krieger der Haradrim! Männer Harad! Hör! 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 Achso! Eine neue Haradrim! Hör! Vorwärts! Genau, mach den einfach platt! Männer Harad! Männer Haradrim! Männer Haradrim! Waffen! Krieger der Haradrim! Noch mehr Haradrim sind gekommen! Ihr habt den Palast der Haradrim erweitert! Aufwachen, meine Krieger! Attacken! Stirren! Ja, ja, der Lilan ist stark! Aber macht euch deshalb mal nix! Ein Sturmangriff da durch und schon sieht es ganz anders aus! So, auf die! Genau, beschädigen wir deine eigenen Sachen! Ja, dann bauen wir den letzten Tribut noch auf! Dann mal hoch! Noch mehr Sinnlose Orks! Ja, mein Tribut wurde zerstört! Das ist ein Traum! Dann zeigen wir den mal hier! Dann kommt der Wings von der Seite, wo nix ist! Eine neue Horde Orks! Noch mehr Haradrim sind gekommen! Folgt mir! Wir greifen an! Der Gag ist einfach bekannt! Später will ich einfach nur Haradrim bauen! Weil die sind so heftig! Die sind nämlich gut gegen alles! Sauron fortan! Das ist der Weg! Das ist der Weg! Das ist der Weg! Wer steht jetzt! Das ist der Weg! So, jetzt haben wir alle, oder? Das ist der Weg! Meine Krieger! Damit sind die südlichen Völker unter Sauron seiner Macht! Und sie haben da auch nur ein Apfel und Ei gekostet! Von diesen Tagen an kämpfen wir für Sauron! Aber sind das die Menschen des Osten oder des Südens gewesen? Hm. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber weiter geht's beim nächsten Mal! Wenn's wieder da ist, Let's Play! Schlachtung mit der Erde! Böse Kampagne! Euer Doc! Ciao!